...hier für Sie, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Dein Applaus, Aileen Tetzlar. Einwiegendste 17 Jahre wurde das nächste Ausbildung als Fühlenkoffer. Danke schön an und start Nummer 7, Aileen. Und es geht weiter mit Johanna Ortay. Dein Applaus, start Nummer 8. ...hier für Sie, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Dein Applaus, Aileen Tetzlar. ...hier für Sie, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Dein Applaus, Aileen Tetzlar. Danke schön, Johanna. Und es geht weiter mit Lynn Schlüter, start Nummer 9. Das ist ein Applaus. ...hier für Sie, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Dein Applaus, Aileen Tetzlar. ...hier für Sie, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Dein Applaus, Aileen Tetzlar. Danke schön an unsere Startnummer 9. Und es geht weiter mit Charlotte Kuhn. Miss Ostdeutschland. Start Nummer 10. ...hier für Sie, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Applaus. Charlotte ist 21 Jahre alt und hat sich krank gekauft. Das war's für heute. Dankeschön an dich. Liebe Charlotte und es geht weiter mit Claudia. Unsere Start Nummer 11 Miss Berlin. Die Studentin werden neben dem Management und 22 Jahre. Die Studentin werden neben dem Management und 22 Jahre. Die Studentin werden neben dem Management und 22 Jahre. Die Studentin werden neben dem Management und 22 Jahre. Die Studentin werden neben dem Management und 22 Jahre.